Grüß euch, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge RIMBIRD WATERCUNT Schonmal großes Sorry für die letzte Folge, die Audioaufnahme war komplett für den Hugo Jetzt habe ich ein neues Mikrofon ausgepackt von meinem Bruder inzwischen und er müsste jetzt eigentlich passen So, ich weiß jetzt nicht mehr ob die sofort angreifen, aber ich glaube die greifen, die bereiten sich erst vor It aber wurscht, weil wir müssen die jetzt da alle equipen Und zwar brauchen wir dann ein gutes Taschenmesser Puzzi kann ich laufen, sehr schön Sarah hat was Opti Hat nichts, braucht Nahkampf Gut Die hatten glaube ich keinen Nahkampf Das normal ist dann immer glaube ich lieber das Gute Ja Just for fun Wir sind sowas von im Arsch Ich sag's euch Das wird nicht gut ausgehen So Bin jetzt echt nicht mehr sicher ob sie gleich angreifen oder nicht So Wie die breiten sind vor Sollen sie das mal machen? Ich hoffe ich habe das Mikrofon richtig eingestellt, das ist auch doof So Also Ich würde sagen wir Wohin gehen wir überhaupt Gehen wir da rein Falls die von unten kommen Ah komm Okay Vielleicht können wir die dann schon abfangen Weil der erste ist viel zu früh dann Ist ja genau gut für uns Ja Ja jetzt sie drehen wiederum Es ist sogar ernst Sehr schön wieder Presskampf noch Ich glaube sie kommen oben rein Ich glaube sie kommen oben rein Feuer waschen Oh Das war eine Plasma Wirklich Sehr schön Sanfte Die Figur für uns auch Dach zu Dach zu Ich vereite Und schnischen Top Dach xd m**** OP Lama Ja, Leute, wir brennen. Ich hoffe ihr wisst das. Ja, ich mach mal einen Schnitt. Hier dürfen ist es gut, er kann den Revolver nehmen. So, dann nehmen wir die. Gut, sie können nicht glauben, ob das Überlegene. Wer fehlt noch? Just for fun. Wir brauchen anständige Waffen. Das ist normal. Da ist noch ein Überlegene. Hier aber schießen kannst, oder? Oh, ja. So, machen wir wieder alle unten. Die Rehre machen wir gleich so frei. Oh, da kommen wir mehr. Die Rehre machen wir gleich so frei. 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 Eine kleinere Zone zusammen und das läuft schon besser. Und ja, ich speichere jetzt mal schnell. Die Rehre machen wir gleich so frei. Sehr schön, aber die. Jetzt gehen wir vor kurz. Sorry, der Rehre ist neuner. Verwirrung? Ok, schade. Der hat die Drecksplasma gemacht. Was ist mit ihm los? Der kült sich selbst. Der kült sich selbst. So, entweder steht das Fuzzi auf, oder ob die beruhigt sich wieder. Die brennen. Auch nö. Der will Amping mitnehmen. Dann mach ich wieder ein Kart und Tart am letzten. Die Brennen. 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 Das war im Spiel! Och nö! Das ist geil! Wenn die kann zielen, dann haben sie sie auch mal. Deswegen sind die Waffen nicht gezückt. Die haben ja alle noch die Waffen herausgekommen. Die Lampe kann ja laufen. Die läuft jetzt da nach. Ja, jetzt laufen sie. Jetzt gehen sie. Lampie, willst du den noch? Sarah, bitte sei schnell genug. Bitte! Sarah, bitte! So. Speichern. Jetzt hoffen, dass sie trifft. So. 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 Du schaust auf den Rennen weg und fängst. Ja, ich glaub das geht sich jetzt aus. Der eine Hit hat's wahrscheinlich gebracht. Dann bitte lass uns chillen. Und ne bessere Waffe haben als auch. Ob die Durast auch. Ja, stirb halt. Dankeschön. Die Überlegenden nimm's jetzt. Und da kommt noch wer zu Besuch. Wenn du mal treffen würdest. Der steht vor dir. Danke. Wir haben's geschafft, wir leben noch. Die sind da ehrlich gesagt scheißegal. So, was haben wir für Stellenchen? 1,80. Wie kommt's an Stellen? Da waren irgendwie viel Anlagen drin. 2,80. 1,80. Bleib da drinnen, du fern das. 3,80. Ist ok. Und lass uns in Flamen in Ruhe. 4,70. 1,80. 4,80. 5,80. 4,70. 5,70. 7,90. 4,80. 6,80. Ok, wir haben und sind anscheinend alle. Oh, die hat sich jetzt wieder beruhigt, ja. Jetzt ist er wieder verwirrt. Boah, schon langsam. Stimmt, sie sind alle nicht behandelt. Da noch einmal. Behandle mich selbst. Puh, ja, hat Spaß und trete nicht durch, bitte. Gut, sie gehört auch nicht behandelt. Ach, die ist noch immer irgendwo unterwegs. Ja, wenigstens, sie ist nicht zu heiß oder zu kalt wieder. Jo, Nahrung ist recht. Gut, sie kann wieder latschen. Eh, das ist erst gehandelt. Fertig, fertig. Fertig, fertig. So. Wir müssen mal kaufen gehen. Aureen. Die Lampe könntest du... ...die machen. Hunger, ja. Opti, du bist verwirrt. Kann ich nichts machen. Auch so, macht was. Macht wieder heile. Puzzi kocht ein bisschen. Puzzi kocht ein bisschen. Ich mach die Kühlung, weil die müssen alle heilen und auch noch. Also uns gehts echt mies. Mit wenig Nahrungskutze ist gerade dabei. Vollständig geholt, das ist sehr schön. Ich mach die Kühlung. Ach nee. So, dann können wir noch ein bisschen los. Könntest du denn trotzdem fertig machen? Ich glaub Stahl ist unser Problem. Wir haben ein bisschen was im Foto. Reinigen. Ich hab die Kühlung. ... ... ... Ob die Gehämpfe Oder zuerst für den ist auch ein Fehler Zuerst für Femm macht man sauber Für Stahl haben wir jetzt ein bisschen Bauteile haben wir sicher zu wenig Da ganz fern Ja Bauteile haben wir zu wenig Haben wir noch irgendwo welche Da oben Bauteile Bauteile Da unten haben wir noch welche Irgendwo näher Nehmen wir die noch mit Puh 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 Puh